Neben der Funktion Summe-Wenn verfügt Excel auch über die Funktion Summe-Wenn-S. Lernen Sie in diesem Video die Arbeitsweise und den im Gegensatz zur Funktion Summe-Wenn unterschiedlichen Aufbau kennen. Neben der Funktion Summe-Wenn verfügt Excel auch über die Funktion Summe-Wenn-S, die vor noch nicht allzu langer Zeit zu Excel hinzugekommen ist. Auch hier werde ich ein Beispiel laden, um Ihnen die Arbeitsweise dieser Funktion zu zeigen. Auch hier habe ich wieder entsprechend zwei Tabellenblätter erstellt, ein quasi leeres Tabellenblatt, das heißt hier fehlen noch die Funktionen und ein bereits ausgefülltes Blatt. Was Sie kennen sollten, ist die unterschiedliche Weise des Funktionsaufbau. Die Funktion Summe-Wenn-S unterscheidet sich deutlich von der Funktion Summe-Wenn. Was können Sie mit der Funktion Summe-Wenn-S besser machen als mit der Funktion Summe-Wenn? Die Antwort ist relativ einfach. Sie haben nicht nur ein Kriterium, sondern Sie verfügen über mehrere Kriterien. Auch hier habe ich wieder Namen vergeben, um das Ganze etwas plastischer zu machen. Sie sehen, ich habe unterschiedliche Kriterienbereiche. Röcke, Hosen und Hemden, also die Artikel, bilden meinen Kriterienbereich 1. Die Farbe dieser Artikel meinen Kriterienbereich 2. Und dann gibt es noch einen Bereich, den ich später summieren werde. Das sind die Preise. Weiterhin verfüge ich über Kriterien 1 und über Kriterien 2. Das heißt, ich muss nachher ein Kriterium bei Röcke, Hosen und Hemden eingeben, um die entsprechende Addition zu bekommen. Die Summe-Wenn-S ist so aufgebaut, dass sie mit dem Bereich, der zu summieren ist, beginnt. Dann kommt der erste Kriterienbereich. Dann kommt das Kriterium, nachdem summiert werden soll. Dann kommt der zweite Kriterienbereich. Dann das zweite Kriterium, nachdem addiert werden soll. Und so weiter. Geben Sie die Formel ein, so können Sie die Namen, die ich vergeben habe, verwenden. Erinnern Sie sich bitte daran, dass Sie diese Namen mit der Funktionstaste F3 relativ einfach aufrufen und zuweisen können. Das fertige Ergebnis sieht dann so aus. Hier wird nun nach roten Röcken, nach schwarzen Hosen und nach hellblauen Hemden summiert. Ändern Sie beispielsweise die Farbe der Röcke von rot auf schwarz. Dann ändert sich auch das Ergebnis. Geben Sie kein Kriterium ein, dann wird hier auch nicht summiert. Zusammenfassend kann gesagt werden, die Summe wenn es, findet immer dann Ihren Einsatz, wenn nach mehreren Kriterien summiert werden soll. Die Summe wenn, wenn nur ein Kriterium für die Summierung vorliegt. ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020